Für Pichem, der die Härte der Welt kennt, bedeutet der Verlust seiner Tochter dasselbe wie vollkommener Ruin. Geheiratet? Erst behängt man sie hinten und vorn mit Kleidern und Hüten und Handschuhen und Sonnenschirmen. Und wenn sie so viel gekostet hat wie ein Segelschiff, dann wirft sie sich auf den Mist wie eine faule Gurke. Einst glaubte ich, als ich noch unschuldig war und das war ich einst grad so wie du. Vielleicht kommt auch zu mir einmal einer und dann muss ich wissen, was ich tu. Und wenn er Geld hatte und wenn er nett war und sein Kragen war auch werktagsrein. Und wenn er wusste, was sich bei einer Dame schickt, da sagte ich ihm Nein. Da behält man seinen Kopf oben und man bleibt ganz allgemein. Sicher schien der Mond die ganze Nacht, sicher war das Boot am Ufer festgemacht, Aber weiter kann nichts sein. Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen, ja da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte so viel geschehen, ja da gibt's überhaupt nur Nein. Der erste, der kam, weil ein Mann auskennt, der war wie ein Mann sein soll. Der zweite, der hatte drei Schiffe im Hafen, der dritte, der war nach mir toll. Und als sie Geld hatten und als sie nett waren und ihr Kragen war auch werktagsrein. Und als sie wussten, was sich bei einer Dame schickt, da sagte ich ihnen Nein. Da behielt ich meinen Kopf oben und ich blieb ganz allgemein. Sicher schien der Mond die ganze Nacht, sicher war das Boot am Ufer festgemacht, Aber weiter konnte nichts sein. Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen, ja da muss ich kalt und herzlos sein. Ja, da könnte so viel geschehen, aber da gab's überhaupt nur Nein. Jedoch eines Tags und der Tag, der war blau, da kam einer, der mich nicht bat. Und er hängte seinen Hut an den Nagel in meiner Kammer und ich wusste nicht mehr, was ich tat. Und als er kein Geld hatte und als er nicht nett war und sein Kragen war auch am Sonntag nicht rein. Und als er nicht wusste, was sich bei einer Dame schickt, zu ihm sagte ich nicht Nein. Da behielt ich meinen Kopf nicht oben und ich blieb nicht allgemein. Ach, es schien der Mond die ganze Nacht und es war das Boot am Ufer losgemacht Und es konnte gar nicht anders sein. Ja, da musste ich mich doch einfach hinlegen. Ja, da konnte ich mich doch nicht kalt und herzlos sein. Ja, da musste so viel geschehen. Ja, da gab's überhaupt kein Nein. Ja, da musste so viel geschehen. Untertitelung des ZDF, 2020